Ich fürchte nur, dass da jetzt gerade keine Biene drin ist. Und dann macht es ja kein Sinn. Fängt der Leuchtturm unten mit Rot oder mit Weiß an? Mit Rot. Weißt du noch den Radius davon? Das war kein perfekter Kreis. Ja, aber die Abstände unten. Ja. Die weiß ich noch. In der Tat. Dann sag die mal. Dann kann ich anfangen. Wie soll ich es erklären? Das ist voll umständig zu erklären. Ich weiß ja wie es aussieht. Ich weiß wie es aussieht. Ich muss nur den Abstand der Blöcke wissen. Ich glaube ich weiß wie es aussieht. Ja oder so, du kommst rüber. Das geht auch. Ich... Ja komm, ich habe jetzt lang genug hier rumgedrödelt. Ich komme jetzt einmal rüber. Erst trinke ich eine Milch. Ich warte hier so lange. Ich habe zum Glück immer einen Minecart. Nein, ich habe keinen Minecart dabei. Okay, ich nehme es zurück. Dann gehe ich zu mir rüber. Immer einen Minecart dabei. Ich habe immer eine Schere dabei. Ich nicht. Einen Minecart brauche ich deutlich öfter als eine Schere. Ich nicht. Bzw. Das heißt brauchen. Ja, ich finde. Im Notfall ist die Schere nützlicher als das Minecart. Zum Beispiel bei der Reise, als ich mein Bett vergessen hatte, da... Würde ich halt einfach Schafe töten. Ja, aber ich habe genau eins gefunden. Ja. Und dann hat das eine gereicht für ein Bett. Sonst hätte ich noch rumlaufen müssen und noch mehr suchen. Ja. Und das mit dem Minecart, ja... Normalerweise fahre ich nicht spontan mit dem Minecart. Wenn ich es weiss, dann hole ich mir halt eins. Und so wie jetzt... Ja. Dauert es auch nicht lang, Schwind hinzulaufen. So. Was fangen wir denn an hier? Ja, ich weiß nicht so, dass er möglichst nah an der Klippe steht, sag ich mal. Also nicht gequetscht, aber schon eher hier so in dieses hintere Eck würde ich hinstellen. Tja. Also vielleicht, dass zwei Abstände zum Rand sind. Ja. Ja. Okay. Dann mache ich die Schöne drum hier hin. Ja. Die Türe war dann hier, oder? Ja. Böderweise ist mein Inventar voll. Meinst du, ist schön leer? Ich habe mich darauf vorbereitet, aber ich muss nur Gerüstblöcke holen. Die habe ich vergessen. Oh ja. Warte mal, das waren nur zwei hoch, glaube ich jetzt. Und was waren das für Treppen, die da außen ran gekommen sind? Polierter Andesid. Davon haben wir nichts. Ah. Aber Andesid an sich haben wir, oder? Ne. Das haben wir ja für den Friedhof auch schon alles benutzt. Dann kommen hier Treppen. Und dann... geht's... Ich habe jetzt eine Babyhung getötet, mir wegen Flächenschaden, weil ich mein... mein Card abgebaut habe. Dämliches Vieh. So. Gut, soweit so gut, der Anfang ist getan. Nice, jetzt auch wieder da mit den Gerüchtblöcken. Ja, ich habe eine Schalkerkäste dabei. So. Ja. Alter, bin ich blöd. So. Wunderbar. Oh, ich sehe wieder die Blöcke, danke Minecraft 1.19. Ehrlich gesagt, weiss ich gar nicht mehr genau, wie hoch das eigentlich sein muss. Weil ich habe das Gefühl, das ist schon zu hoch. Keine Ahnung. Ich gucke lieber nochmal. Ja. Ne, also bis jetzt sieht es gut aus, aber 1, 2, 3, 4. Ne, das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Wobei... Ja, ich kann das jetzt hier einfach dran bauen, das geht. Das ist okay. Und jetzt ist dein Gerücht im Weg. Thumbbells up. So. Da muss ich mal irgendwie schlafen. Irgendwie nicht. eh wird da unten gefaulenzt ja ich guck zu beziehungsweise ich könnte ja mal das gerüst anpassen dass es wieder passt ja tschüss gerüst und oder andesit holen das wäre was ja das wäre was aber haben wir nicht die hälzigen grenzen es verhindert den bau wir brauchen das kann schon weiter wo du weiter wollen natürlich an der sieht das mit absicht so an alle nur drei so an der sieht das nehme ich normal nicht miet ja ich auch nicht wo könnte man das denn finden in deiner höhle da wird es aber nicht abgebaut weil das ja sonst hässlich aussieht egal aber in der fetten höhle hinter der kirche gab es was ich glaube da gibt es immer noch was boah da habe ich das cold jetzt bin ich schon auf dem weg zum haus gewesen naja dann fahr ich wieder zurück in welcher höhle die mit dem schnee dings bedeckt ist oder die die in der ozean so reingeht halb da sind die beim ozean hinten da habe ich auch schon andesit abgebaut für den friedhof nämlich ja ich wusste gar nicht dass da welches gibt ja gut das gibt es ja überall eigentlich aber da ist eine fette höhle ich muss halt irgendwie runter kommen ich bin da immer geflogen ich fliege runter und dann sterbe ich beim aufprall ja so reicht es schon ich glaub glaub schon haben wir glowstone ja ich glaube schon dann hole ich mir das wir brauchen nämlich ganz schön viel 22 stück mindestens äh 24 äh 22 und ruhig das andesit ganz am boden ja da müsste ich auch sehen dass ich was abgebaut habe naja tatsächlich nein doch wir haben tatsächlich 32 close down mhm ich kann mich mal holen ja das weiß ich gar nicht mehr ähm stopp jetzt nämlich in minecraft wieviel andesit brauchen wir ähm weiss ich nicht allzu viel also zwei stacks reichen auf jeden fall einer ist vielleicht ein bisschen knapp wobei zwei stacks könnten auch knapp sein aber drei reichen wenn du drei stacks mitbringst alle guten Dinge alle guten Dinge sind drei also ruhig drei stacks ja habe ich wirklich nichts mehr übrig davon vielleicht haben wir noch einen kleinen restbestand da du hast doch von der kirche das ah war der polierte andesitstufe haben wir hier hier sind noch 40 andesit die stufen die brauchen wir glaube ich nicht wir brauchen nur treppen also 40 steine habe ich das ist nicht besonders viel aber auch nicht so wenig da kann ich mal mit anfangen dann brauchst du noch zwei stacks holen denke ich okay so äh was wollte ich jetzt holen ach die close turn habe ich schon jetzt habe ich zwei stacks ah gut ich wollte jetzt endlich mal diese strecke nutzen liegt da schon eine schienenstrecke hinter zum dings net zum leuchtturm nicht ja ok ne macht nix nach dem tunnel aussteigen und den rest laufen ja oh ich sehe gerade während der aufnahme ist auch noch mal ein villager gestorben oh rip ja dann stört zwar nicht dass ich mir vorhin deren betten geklaut habe nö die haben eh nicht genug leute für die betten das war vor einer knappen stunde tatsächlich na dreiviertel stunden stopp scheiß drauf tschüss mein karton dann halt nicht ich lauf dem nicht hinterher na so weit fährt es eh nicht ja da geht es erstmal bergab das fährt bis über die brücke man man wenn du auch zu blöd bist das anzuhalten mhm zu blöd mhm ich nehme immer schon vorher das schwert in die hand und dann kann ich gleich draufhauen wenn ich ausgestiegen bin ich wollte halt entspannt rüberfahren und dann entspannt halt hingehen ne und nicht so zack 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 ne entspannt gibt es nicht dazu muss erst die station gebaut werden bei mir gibt es nur entspannt ne weil jetzt hast du keinen minecart mehr das ist egal dann lauf ich das ist auch entspannt du musst sneaken das ist noch entspannter oh ja das wär was du äh ok wo kommt jetzt dann ich hab ein paar treppen schon dabei die kommen dann hier ich auch und doch wir brauchen slabs ah und jetzt hab ich alle im lager gelassen und jetzt brauchen wir die da alles zu treppen gemacht ja wir haben genug slabs im lager das sind halt so viele aber ja ich baue gerade mal die hier unten hin ja ah dann kannst du ja zum lager rüber gehen hm und slabs holen das wär doch was so ok das hier passt soweit ja 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 ok ich hab mich verzählt wir haben doch ich hab das close-on ursprünglich nämlich kleiner gehabt und dann größer gemacht wir brauchen 36 close-on und wir haben nur 32 oh aber soll ich dir sagen was wir auch nur noch haben vier minuten zum aufnehmen sind wir schon bei über zwei stunden ja zwei stunden 17 jetzt oha ja ich baue das noch dran was ich hab jetzt hab ich kein close-on mehr gut dann können wir auch eigentlich aufhören die drei minuten jetzt bin ich gerade fertig du bist ja auch fertig eigentlich oder ja ich bin schon auf dem weg zum lager die slabs holen ah ja dann machen wir das noch was würde ich jetzt noch machen jetzt bin ich nämlich schon drüben ja und wo sind die äh in der gruschkiste in der ganze oben links polierte antisitstufen ja wie viele ein stack es sind nur fünf äh äh da müssen noch mehr sein stein stu ah ja hier natürlich ein stack und fünf direkt neben dran ost a so stein so dann du So. Da hast du's. Ah, ja ich habe die Cinematic Kamera gerade entgemacht. Mhm, ich habe es gesehen. So. Es gibt ein schönes Geländer hier. So. Man kann hier tatsächlich nicht mehr rausspringen. Außer man sneakt. Aha. Warum mal hier an den Seiten überall Gerüstblöcke hoch, weil da kommen ja noch Fenster rein dann nächstes Mal. Ja und man muss noch die Treppen von unten dran machen. Ja. Und das eine ist jetzt aber niedriger als die anderen zwei. Ja. Das ist auch falsch. Oh. Ach, das ist mittig. Die sind alle 30 hoch. Oh. Ja, die sind mittig, damit man da die Fensterscheiben hinmachen kann. Und das andere vom Anfang ist halt das vom Anfang, wo man hoch geht. Ah ja. Das kann ich aber wegmachen, weil das braucht man immer. So. Jetzt liegen hier ihre Steppen. Jetzt machen wir das. Schütze aber höher. Echt? Ach, scheiße. Dann hat sich mein vorbereiteter Stack mit denen die runtergefallen sind aufgefüllt. Ah, einer war ja. Ja. So. Hier alle die hier oben drauf klangen, habe ich. Gut. Dann wären wir für heute fertig. Sehr gut. Ähm. Ja. Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.